Indie-Horror-Zeit! Hallo und willkommen! Wir spielen heute Minimalist Horror Story, ein kleines Indie-Game, das in nur 72 Stunden entstand. Also recht simpel gehalten, was ich auch an den Screenshots sah. Ja, das sieht recht einfach alles aus. Aber auch einfache Spiele können verdammt gruselig sein. Schauen wir mal! Ich weiß gar nicht, was wir hier machen müssen und was uns hier bedroht. Keine Ahnung. Ob es hier wieder mal fiese Jumpscares gibt, dass ich hier fast vom Stuhl falle, ist euch ja egal. Ihr seht das ja gern, wenn ich hier einen Herzschlag kriege, ist klar. Schublade mit nichts drin. Das Spiel ist total still. Im Startbildschirm haben wir noch gruselige Geräusche gehört. von heulendem Wind und so, aber jetzt ist es plötzlich totenstill. Macht mir ein bisschen Angst. Oh! Kinderbetten sind auch immer gruselig in solchen Spielen. Okay. Hm. Was muss ich hier machen in dem Spiel? Das Hauslauf, ne? Die Treppe runter. Wer hat die Haustür vernagelt? Wer hat mich hier... Das habe ich nicht gehört. Ihr auch nicht, oder? Nein, ihr habt auch nichts gehört. Okay. Was ist denn hier passiert? Okay, das ist... Oh. Das ist zwar sehr simpel gemacht, das Spiel, aber... Hat ne... Verdammt... Gruselige Atmosphäre. Warum sind die Schubladen hier alle leer? Hallo? Vielleicht die Familie ausgezogen hat vergessen, mich mitzunehmen. Seit wann quietschende Kühlschranktour so ist? Das ist sehr seltsam. Nichts. Auch nichts. Äh, äh. Aber ich glaube, ich bin nicht alleine hier. Eben schon knarzende Schritte gehört auf der Treppe. Täusche ich mich, oder brennt die Kerze runter allmählich? Irgendwie kommt die Meeren jetzt ein bisschen kürzer vor als vorhin. Muss ich hier irgendwie das Spiel gelöst haben, bevor die Kerze... Bevor wir uns die Finger... Lass dich mal nicht stören, Schaukelstuhl! Wenn's dir Spaß macht, hier zu zittern... Mach mal, mach mal. Kein Problem. Was ist denn das hier für eine komische Bude? Was muss ich hier machen? Kann ich raus? Darf ich raus? Nein, ich darf nicht. Ich mag nicht nach oben gehen. Was? What? Scheiße. Ah, fuck. Bin ich jetzt erschrocken. Was war denn das? So bin ich schon lange nicht mehr erschrocken. Und dann in so'n popeligen Spiel. Kann ich jetzt? Wahnsinn. Danke. Ah. Mein Herz. Oh Mann, ist das beinlich jetzt. Hat's jeder gesehen. Wie ich mich erschrecke, wie ein kleines Mädchen. Aha. Oh. What? Was? Da stand grad irgendwas, you punished oder irgendwas. Okay, anscheinend wurde ich getötet. B. T. F. Wie? Was ist das? Was ist denn für ein Spiel? Nochmal. Ich weiß nicht, ob sich jetzt hier was geändert hat oder... Oh, no, no. Ich geh erstmal wieder... Aber die Kerze, die scheint, äh... Kleiner zu werden mit der Zeit. Boah. Ich wollte gerade eine Truhe da oben aufmachen. Okay, also die geht irgendwie auf, nachdem wir unten waren. Okay. Gucken wir, ob die Luke jetzt auf ist. Ja. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht... Wie kann man doch zweimal von derselben Stelle erschrocken. Ich hab grad nicht mehr dran gedacht. Aber nicht so schlimm wie eben. Das halbe Haus hier zusammengeschrien. Oh Mann. Komm, geh schon hoch. Geh schon hoch. Ist ein bisschen schwierig hier. Danke. Boah. Fatsch. Okay. Jetzt wurde ich hier... ...zum Glück nicht erwischt. Gehen wir mal jetzt runter. Oh, noch ein so'n Jumpscare und ich... ...ich dreh durch. Ich werd wahnsinnig, Leute. Das ist nicht nett. Oh, das ist ja noch ne Tür. Bitte! Kein Keller! Ist hier noch ne Tür? Ja, sieht so aus, aber... ...kann ich nicht öffnen. Ich geh mal noch nicht in den Keller. Gut Ding will Weile haben. Ähm, ich guck erstmal hier... ...if jetzt hier irgendwas ist... ...was vorher nicht da war. Nö, sieht nicht so aus. Ich möchte nicht in den Keller gehen. Weil ich genau weiß, dass irgendeine fiese Scheiße... ...da unten auf mich wartet. Ähm... Ja, schön. Kenn ich schon. Halt mich in Ruhe. Okay. Dann bleibt mir jetzt nichts anderes übrig. Hier war ja auch nichts, ne? Nö. Ach, Scheiße. Ist das denn? Was hab ich denn jetzt in der Hand? Ist das ne Kartoffel? WTF ist hier los. Okay, der Ofen hat ein bisschen... Was hab ich da gerade in der Hand? Oh Gott. Ich hab keine Ahnung, was hier zu tun ist. Sonst ist hier aber auch nichts. Oh, vielleicht jetzt reinwerfen, dieses Ding. Hm. Nö, ich hab keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was ich da in der linken Hand halte. Sieht aus. Sieht aus wie ne Kartoffel. Äh, was ist denn das für ein Spiel? Okay. Oh, da kommt der Fisch zu. WTF? You have perished. Game over. Okay. Einmal noch. Ich hab keine Ahnung, was man hier machen muss. Ich hab keine Ahnung. Aber es ist... ...gruselig. Wo es sehr, sehr einfach gestrickt ist. Vielleicht auch gerade deswegen. Und hier eben alles so ein bisschen befremdlich wirkt. Oh. Super. Kann meine Taschenlampe ausmachen. Also quasi die Kerze. So. Oben ist jetzt hier die Luke aufgegangen. Jetzt nicht erschrecken. Jetzt kommt dieses Vieh hier runter. Fledermäuse sind das. Okay. Auf jeden Fall lauter Schreck überhaupt nicht erkannt. Oh mein Gott. Hier ist ja gar nichts. Okay. Machen wir das Ganze jetzt mal im Schnelldurchlauf. Runter. In den Keller. Diese Tür hier. Hm. So. Hier, Ofen. Ganz ruhig. Hier kann ich gar nichts machen. Oh. Ich seh gerade hier führt nur eine Treppe hoch. Ich hab vorhin von lauter Dunkelheit überhaupt nicht gesehen. Ah. Die hat ein Schloss. Super. Das heißt ich muss einen Schlüssel finden. Das auch noch. Wahrscheinlich ist da oben der Kollege jetzt wieder. Will sich mir in den Weg stellen. Ne. Ist jetzt nicht da. Ui. Schön. Toll. Super. Fantastisch. Ich hoffe das bleibt so. Was hab ich denn da in der linken Hand? Ja. Schön. Lass mich. Hä? Jetzt häng ich hier am Stuhl fest. Bitte? Was ist jetzt los? Och. Ist doch nicht wahr jetzt. Oder? Hab ich das Spiel gecrasht? Ich hab das Spiel gecrasht. Glaube ich. Ich glaube ich hab das Spiel kaputt gemacht. Super. Okay. Bis gleich. So da bin ich wieder. Das Spiel habe ich neu gestartet. Und komischerweise lag jetzt hier auf der Kommode einen Schlüssel. Den ich jetzt eingesammelt habe. Also wahrscheinlich brauchen wir den um aus dieser Luke im Keller raus zu kommen. Seltsamerweise. Hm. Und dieser Schlüssel ist wie mir scheint immer an anderen Stellen im Spiel. So. Ich mach das jetzt nochmal nach dem selben Muster. Nicht dass mir jetzt verschwindet. Dass mir jetzt hier nochmal was passiert. Denn wenn ich direkt hier hochgehe, ist dieses komische Vieh weg. Ich hoffe das bleibt auch so. Okay. Vorhin nämlich bin ich erst unten rumgelaufen und danach hier hoch. Und da war der komische Typ plötzlich auf dem Speicher. Deswegen mach ich jetzt alles nach dem gleichen Muster. Gehe jetzt in den Keller. So. Nehmt diese komische Kartoffel hier nicht. Nicht dass der den Schlüssel dafür weglegt. Und ich den nicht mehr aufnehmen kann. Man weiß ja nie. Und jetzt versuche ich mal, ob ich hier durchkomme. Hey. Oh. You have escaped stand da gerade. Ich hab's gesehen. Wenn ihr es nicht glaubt, drückt Pause. Ja. Sehr einfaches Spiel. Wenn man weiß, was man machen muss. Aber ein paar verdammt gruselige Jumpscares. Also so erschrocken wie bei diesem ersten Mal, wo die Fledermäuse runtergekommen sind, habe ich mich schon lange nicht mehr. Respekt dafür. Ja. Schön schnelles Spiel. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und wir sehen uns dann. Hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüssi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020